Dann nochmal herzlich willkommen, Trickmania Grand League Fall Season 2020. Ihr habt die Punkteverteilung gesehen, auf den ersten beiden Strecken, die Opening Maps, Opening Laps, werden alle Punkte behalten. Ab der dritten Map, Map 3 und 4, verlieren die Fahrer 50% aller Punkte, wenn sie auf dem 9. bis 16. Rang landen. Und die letzten beiden Maps sind so unheimlich wichtig, weil du einfach alle deine Punkte verlierst, wenn du Platz 19 bis 16 bist. Wir sind ja so ein bisschen, da sind wir auch ganz ehrlich, wir sind nicht unbedingt so neutral dabei. Es gibt ja drei deutschsprachige Fahrer, wir haben einmal den Massa aus Deutschland, den wir schon sehr lange kennen, Felix und ich. Riolu und Scrappy, der kommt zwar aus Belgien, spricht aber perfekt Deutsch. Hast du gehört? Oh mein, ja, ja. Den Chant, GoBren, GoBren. Okay, jetzt push doch mal richtig GoMassa in den Chat rein. Ihr müsst GoMassa schalten, wir wollen unsere Fangesänge haben. Ja, also Massa hat's. Platz 2. Ich bleib noch drauf, ich will jetzt nicht wegswitchen. Platz 2 muss durch sein. Ja, also den kann er nicht mehr sein. Geil, wichtige Punkte. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ritter, ist okay. Ja, ein bisschen für die Fans nochmal ein bisschen. Nochmal, nochmal Tasche. Ein bisschen Show machen, ist okay. Geiler Typ, geiler Typ, der Dennis Lotze. Den ganzen Tag nur GoBren, Mann, Mann, Mann. Ja. Kann immer irgendwas noch passieren. Man will es nicht beschwören, aber... Auch wenn er keinen Fehler macht, ist er durch. Aber Pack ist, glaube ich, noch... Der ist noch ein Greifweite für Massa. Und der geht jetzt dafür. Ja, er geht dafür. Natürlich geht er dafür. Er geht dafür. Und jetzt Eis, 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 Baby. Kommt die rum, Junge. Und ich bin auf Pack. Der kommt von außen. Der hat mehr Speed. Ich glaube, der wird noch reingestellt. Nee, er hebt ab. Pack ihn ab und klebt am Baum. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Oberhund Dennis. Identity kommt. Eigentlich kann er die. Nehmt er den Ausleit, hat er bewusst gemacht. Ach, ist das krank. Ich heizgaube aus. Ich muss aufstehen. Aber ich kann nicht. Ich muss hoch. Oh, das wäre so ein wichtiger Punkt. Jetzt Eckblos nicht an. Jetzt noch Save. Den hat er. Save. So, jetzt ganz schnell auf Pack. Und Pack kassiert Papu noch einen. In der letzten Kurve. Bekommen trotzdem noch die Spieler. Oh, das war jemand anderes. Ja, Carl Junior. Oder? Ja. Go, Carl Junior. Sehr komisch, Schackzellen. Vielleicht kriegen wir, wenn Bren jetzt mal hier abgelöst wurde, vielleicht kriegen wir mal Massa dahin. Vielleicht nochmal ein Go Massa Spam, alle die zugucken. Vielleicht kriegen wir gemeinschaftlich mal hin, nochmal was anderes zu hören, als den ganzen Tag und die ganze Season nur Go Bren. Oh, Carl klebt am Arsch von Massa. Oh, mein Gott. Aber das hat er, das hat er, das hat er. Oh, war das knapp. Oh, mein Gott. 0,03. Oh, wo kam der denn noch her? What? Mach einfach der Save, nicht mehr Schnitzen. Lass den vorbei. Lass die Leute. Oh, der Pferd, die fahren aneinander. Also ich kann es nicht aushalten. Ich muss mein Monika ausmachen, glaube ich. Hier, ich mache nur auf Sound. Oh, mein Gott. Das ist krank. Ich gucke es aus Gwen-Sicht. Mann, sowas in einer 10K-Arena mit 10.000 Mann. Das wäre so geil. Wieder so rumschreien. Mercedes macht Kaffee, ich endlich. Ich glaube, Ben hat... Ah, nee, das war irgendwie komisch gerade. Pack gegen Massa. Ich, der geht Risiko. Ich sage es dir, wie es ist. Der geht all in. Ich gehe auf Massa, ich will es jetzt sehen. Ich muss es machen. Der geht all in. Oh, jetzt ist noch safe, mein Junge. So, letzte Kurve. Nimm doch gut. Nimm doch gut. Den hat er aber safe gemacht. Vielleicht kommt der Pack jetzt mit mehr Speed. Und der kommt mit mehr Speed. Egal, egal, egal. Nice, Mann. Ach, du Kacke. Aber er hat Pack eh nicht einkassiert. Von den Punkten her. Irgendwie hat er auf jeden Fall einkassiert. Oh, er hat die sick genommen, die Kurve. Anna, ein bisschen mehr Speed, aber es war trotzdem gut. Die nimmt da unheimlich gut hier, die Kurve, Massa. Kommt der aus dem Tech-Bereich. Hammer, das kannst du auch. Ja. Junge, was machst du da? Ist doch noch gut. Ach, du Scheiße. Da ist irre. Und der will dann nachher für Smoothie 1mm Banden-Slogos haben, aber doch nicht in der Grand League. Nein. Vielleicht noch einen Platz jetzt. Ja, komm, Pack. Jetzt einen schönen Slide. Wenn du da schneller bist. Oh ja, der geht auf jeden Fall auf Risiko. Ich glaube, einen kann er dann noch einholen. Einen kann er noch einholen, glaube ich. Oh mein Gott. Oder? Nee, nee, nee. Das gibt es weit außen. Außer da stirbt es noch einer. Karl macht das. Oh, Pack ist aber sehr, sehr wild. Pack, Pack, Pack! Ja! Ich wusste es. Massa auf der Sechste. Die haben sich eigentlich da festgefahren. Vielleicht greift er jetzt noch mal an da, an dem Part. Er hat noch mal einen Neoslide angesetzt. Er hat aber den Top-Speed. Oh, lecker! Er hat den Kankenspeed. Lecker! Ich glaube, die letzte Runde dann gleich, die wird richtig ekelhaft. Nein, nein, nein! Oh, Mann, mach doch nicht so eine Scheiße immer! Der jetzt hier Eiswahl nimmt, okay. Hier kann so viel passieren. Hier muss man den Winkel perfekt treffen, weil du kannst kaum korrigieren. Und Massa nimmt ihn sehr, sehr geil. Massa nimmt es perfekt. Oh, hat der Speed, der Junge! Der hat sich noch mal Niesi gezogen, oder was? Oh, Aurel muss ganz schön gegenlenken. Der muss korrigieren. Oh, der hat aber stark gemacht. Oh, Massa! Güsse, da war's! Da war's! Let's go! So eng, glaube ich, wirklich noch nie. Was heißt, Mann? Der hat hochgeladen für Massa. Wollen wir jetzt vielleicht das am besten nehmen? Sehr gut. Oh, der Papi muss korrigieren. Ja, Papi! Nein, 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 nein! Geil! Ich meine, schade, Papi! Kann er eigentlich nicht mehr holen. Es geht, außer er fliegt jetzt weg. Oh, mein Gott, fliegt er weg? Oh, Pack, was macht der denn da? Nein, nicht wieder! Schon wieder, der! Oh, ich weiß nicht, ob er den sich irgendwie mal noch schmecken lässt. Da muss er irgendwie jetzt auf dem Fehler helfen. Vielleicht klappt's jetzt nicht. Warte, aber jetzt einfach, einfach sehen, es sind noch zwei Runden. Vielleicht jetzt einfach nach Hause fahren. Ja, würde ich auch. Sieht gut aus. Oh, Yvonne, da ganz quer! Oh, Yvonne! Let's go! Ja, Dennis Lötze ist es. Sehr, sehr schön. Der ist es doch, der Gute. Ja, alles Gönig. Das sieht wundervoll aus. Jetzt sind es mittlerweile zwei Sekunden, hat sogar noch mal was gut gemacht. Einfach toll. Und jetzt save. Einfach Monster save. Schön tief rein. Ja, ha, 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 ha. Ja! Ja! Das darf doch nicht wahr sein. Aber wir wollen Wasser sehen. Kommt da ran an Spam, grad noch plus 0,8 hinten an der selben Stelle, jetzt plus 0,36. Ich weiß nicht, ob er anfängt, ein bisschen zu risken. Wie hoch Spam da ist. Ja, ja, Esadon. Es war wirklich der Eiskönig, einfach. Ja! Ich bin auf Aurel, die schaffen alle den Slide. Ja, einer ist down gegangen! Einer hat's gerissen. Einer musste missetten. Echt? Und Master's drin, Master's drin. Und es war Eivon, die arme Sau. Master ist wieder in, Master ist in. Und jetzt hast du's selbst in der Hand, Dennis. Ich mach' einen Monitor aus, ich guck's mir nicht an. Ich mach' nur auf Sound. Ich hab' auch ein bisschen Angst. Ich will die Identity nicht sehen. Ich geh' nochmal auf Lamex. Nee, ich geh' vorne auf Karl. Boah, sind die weit vorne. Du geh' aus dem Fenster. La 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 la. Hat er eine resettet? Nein. So, Dennis. Jetzt ist gut. Jetzt einfach nur noch den Baumjump raffen. Wie sieht's hinter ihm aus? Spam ist so weit weg. Dennis ist safe. Und er saft die Points. Oh, wichtig. Jetzt muss er all in gehen. Das sah gut aus, das sah gut aus. Kommt's sau weit nach außen. Ja! Einen hat er ja! Zwei! Jetzt ist... Nein! Ja! Das muss doch sein! Und er macht das! In der letzten Identity rettet er sich auf die Acht. Jetzt muss er all in gehen. Das weiß er auch. Ben holt die Map von Aurel. Ja, 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 ja. Ja, da geht er all in, aber es reicht nicht. Nee. Jetzt sogar noch... Nee, wird nicht mehr von Kap 1 cast. Oh, neun, yo, 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 yo. Das ist alles down. Ich trau' mich kaum drauf zu drücken. Noch wär's safe. Doch, wer ist nicht safe? Gerade aktualisieren. Damit wäre Master auf den neuen. Oh nein. Und es kommt auf die letzte Map an. Das wäre so bitter, wenn dieser eine Map wirklich entscheidet. Das war so safe. Ich glaube, das hat um zwei Punkte nicht gereicht. Um zwei Punkte, glaube ich, hat es nicht gereicht. Ja, zwei Punkte. Wegen zwei Punkten raus. Nein, ey. Master scheidet aus. Zwei Punkte. Zwei Punkte.